ja hallo und willkommen zum haus des monats november 2012 und zwar sieht man das hier schon leicht angedeutet dass wir wieder in alitera sind gohan ist auch wieder am start wirft hier mit faulem gemüse um sich obst ganz viel obst und ja wir stehen hier gerade vor dem Haus des Monats und wollen das noch ein bisschen zeigen. Bauer oder Bewohner ist, glaube ich, Kami-Monkey. Bauer ist, glaube ich, auch unter anderem zum Beispiel Demo da. Der baut ja viel an dem Haus des Monats mit. Auf jeden Fall so sieht das Teil von vorne aus. Wir können ja mal kurz oben auf das Dach gucken. Also es ist eine sehr wirre Dachkonstruktion mit verschiedenen Höhen und Tiefen und teilweise verlängerten Enden und kurzen Enden. Das heißt, innen drin sieht es genauso spannend aus. Und jetzt wird es auch gerade schon wieder dunkel. Das heißt, wir lassen uns mal erst hier den Garten machen. Hast du ja vorgeschlagen. Komm mal runter. Und jo. Also der Garten, der hat genau wie das, ich weiß nicht, welcher Monat das war, aber direkt gegenüber ist das Haus des Monats, was Alitera gewonnen hat, als es das letzte Mal das Haus des Monats Event gewonnen hat. Und lustig finde ich, das hat es auch so einen hängenden Baum, so einen, ja, Windschiefen, ich nenne es immer Trauerweide. finde ich sehr cool, auch sehr wild, mit einem klitzekleinen Wasserfall und Lauf in den See. Ist auch ein recht wild, wuchernder Garten, mit einer schönen Schauklauch hier an dem Baum. Und, ähm, jo. Ich will auf der anderen Seite. Es wurde hier auch allgemein so ein bisschen auch drauf geachtet, dass hier schon die neuen 1,4er Blöcke und, äh, ja, Sachen eingebaut werden. Ich habe hier unten gerade schon ein paar Holzbuttons gesehen, am Kamin, beziehungsweise hier an den Säulen. Und, ähm, ja, hier ist eigentlich recht, recht chilliger Ort, finde ich. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Äh. Bevor wir von Monstern angelhüsten werden. Genau. Du gehst jetzt. Gehen wir mal durch den Haupteingang. Du bist jetzt gerade bei mir durch, äh, durch die, die Wand gegangen. Durch einen Zaunfall. So, hier geht's rein. Und da kommt man eigentlich in so einen kleinen Empfangsraum. So ein bisschen der Flur im Haus. Und davon gehen halt mehrere Treppen und Gänge, beziehungsweise Räume ab. Äh, ich würde sagen, als eines der ersten Sachen gehen wir entweder jetzt nach links oder rechts oder in den Keller. Gut, gehen wir nach links. Und da kommen wir in die Küche. Ja, auch sehr schön hier mit Uhr und ein bisschen was mit diesen Itemframes, äh, gearbeitet. Hier so ein kleines, ähm, ja, Kräuterbeet mit Kartoffeln und Möhren oder Karotten. Äh, kochen mit Demo da, Band 1 bis 5 gibt's hier als Kochbücher. Genau. Und einen dicken Kamin, wobei der Kuchen noch im Kamin steckt. Ja, das ist... Glasiert. Das ist ja mehr so ein, so ein Kochtopf, der über dem Feuer hängt. Aber das hat man ja damals auch gewacht. Genau. Einfach auf den Kamin gehauen. Und in der... Eine Ecke, die Sitzecke, genau. Gut, so viel zu dem Raum. Was mir... Oder... Was mir auch, das kann man eigentlich an jedem Raum sehen, die Fenster, da haben die, äh, so ein Glasblock einfach als Mittelstreifen genommen und links und rechts da so ein bisschen Profil reingebracht, in dem sie da die Glasscheiben reingesetzt haben. Ja, was eigentlich immer recht gut ist. Aber nur gut. So, hier geht's noch runter zu dem Lastenaufzug, aber meines Wissens nach ist das der Keller, den wir uns gleich mal angucken werden. Da kommen wir dann später dazu. Gehen wir erstmal hier weiter. Das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so eine Art Arbeitszimmer ähm, mit mehreren beschrifteten Regalen. Hinten geht's auch noch raus auf die Terrasse und in den Garten. Zeig ich nochmal kurz hier. Recht große Terrasse übrigens. Und, ähm, jo, also hier sieht man so mehrere Schriften und die Wände sind alle ziemlich vollgestopft mit Kram und Regal und, und ja, Crafting Table etc. Ähm, und hier hat man auch, äh, ja, 1.4 typisch eine, äh, Karte an die Wand gehängt, wo man das, äh, Spawn-Tal sieht, das goldene Tal. Ups, lastig. so, und dann abschließend hier im Erdgeschoss hat man, zum einen geht's hier auch nochmal raus auf so einen kleinen Balkon, äh, in diesem Raum und es ist hier halt nochmal so ein, ich weiß gar nicht, so eine Art Schachspiel Experimentiertzimmer. Man sieht hier am Rand, dass es Wasserpfeifen, äh, gibt, da hat man hier die Braustände benutzt. Unser alter Amboss hier ist zu einem, ähm, da es ja in 1.4, äh, ja jetzt Ambosse so gibt, äh, habe ich das zu einem Art Spieltisch umfunktioniert, da gibt's auch noch eine andere Variante mit Karten. Ähm, ja, dass das hier eine Art Spielzimmer ist sozusagen, wo man gemütlich in der Ecke sitzt und da diese Wasserpfeifen raucht, äh, hier vorne sieht man zum Beispiel, müsste Vanille auf dem Tisch stehen. Eine Musikbox in der Ecke. Vanille? Ja, hier hat er, ähm, haben sie hier so ein paar Ständer gesetzt. Und, ähm, jo. Kurios, dass die alle am Quallen sind. Naja gut. Ich würde sagen, wir gehen in den Keller und dann sehen wir ja auch noch, wo diese Leiter hinführte mit dem Lastenaufzug. Hier. Also ich finde schon mal ein Merkmal an Kellern, finde ich ja schon mal die Kombo, ähm, Steinwand und Steinboden. Ich finde es immer, äh, authentischer, wenn das jetzt nicht so ein ausgebauter Casino-Bereich mit, äh, Holzboden und so ist, sondern schön kühl gehalten ist und, ja, so kellermäßig. Ich glaube, hier fehlt ein Block, sehe ich gerade. Abzug in der Punkte. So, ähm, wir haben hier jetzt noch so einen Hebel, der auch, äh, augenscheinlich hier so einen kleinen Raum öffnet. Ähm, da ist jetzt aber nicht groß irgendwie was Extremes drin. Da ist jetzt so ein Drachenei. Äh, haben die hier so ein bisschen ausgestellt gehabt, die Erbauer. Oder ich weiß jetzt nicht, ob Demo da alleine das Haus für Kami-Monkey gebaut hat oder beide dran saßen. Auf jeden Fall ist hier, äh, ein Drachenei drin. In einer Vitrine. Und wenn man jetzt wieder rausgeht und in den Nebenraum kommt, kommt man zu diesem besagten Lastenaufzug. Und, äh, da renne ich dem Goran einfach mal hinterher. Jo, äh, allgemein ist der Keller furchtbar riesig. Also, äh, ungewöhnlich riesig, sag ich mal. Ähm, was mir am Keller am besten gefiel, war diese Kühlgrube, nenne ich sie mal. Ich weiß zwar nicht, wie sie die Temperatur in drei, äh, vier Blöcke Höhenunterschied so absenken können, dass, ähm, dass auf einmal hier Eis und Schnee, aber das ist ja eigentlich Ich glaube, es geht so ein bisschen ums Prinzip, so dass man da irgendwie so eine Kühlgeschichte hatte. Und es ist auch irgendwie cool, weil, ähm, ich denke, bis jetzt kommt keiner so auf die Idee, so einen Lastenaufzug in so eine Kühlgrube zu bauen, was ich da so ein bisschen speziell gefunden habe. Allgemein im Keller, was mir, äh, persönlich nicht so ganz gefiel war jetzt zum Beispiel, dass die Deckenbalken nicht, ähm, oder dass es kaum Deckenbalken waren. Aber das ist auch immer so ein, so ein bisschen persönliche Sache. Oh. Jetzt hab ich hier was abgehauen. Mal eben Pause, es hat geklingelt. Okay. Ich bombe. Wir lassen weiterlaufen. Ja. Jetzt ist natürlich wieder weg, ey. Ich hab's gehört. Ja. Warte. Wir gehen nochmal runter und gehen dann einfach hoch, damit der Übergang besser ist. Ich hab ja auch gerade anscheinend... So. Ja, du hast aber, du hast aber während du hochgegangen bist, gelabert. Ja, ja, das müssen wir gucken, wie wir schneiden, ob ich das davor schon schneide oder so. Auf jeden Fall geht's jetzt hier hoch. So, ich würd sagen, dann gehen wir mal, äh, ja, hoch, ne? Jawohl. In die Obergeschosse. Da sieht man auch schon, dass das Treppenhaus so ein bisschen, äh, auch noch Regale hat, was ich cool find. Und, ähm, die Bilder sind irgendwie noch beschriftet, so dass man so ein bisschen auch mal stehen bleibt und guckt, was ist denn das, was da für ein Bild aufgehängt worden ist. Ich glaub, das ist dann, das ist dann quasi nicht der Name des Bildes, sondern so der angebliche Maler höchstwahrscheinlich. Kann auch sein. Ähm. So. Ja, hier ist noch eine Zauberecke mit ziemlich vielen Zauberbüchern. In allerlei Bänden. Ja, hier ist allgemein... Hier oben geht's nochmal zum Dachboden. Genau, da gehen wir zum Schluss hin. Hier ist, glaub ich, so allgemein erstmal so ein Ort, um sich erstmal so ein bisschen einzufinden. Das ist so ein Übergangsraum, so ein, ja, so ein Durchgangsraum mit ein bisschen Enchantment-Grab. Und dann geht's hier eigentlich so ins Schlaffgemach, ist es eigentlich. So ein bisschen die, äh, Keminage, das Kaminzimmer. Auch nochmal mit einem Kamin. Und, ja, das Timmelbett fand ich cool. Ich finde auch, äh, äh, an sich ganz cool, dass mal ein Platz für das eines der größeren Gemälde gefunden worden ist. Weil sonst kriegt man ja, äh, maximal, die 2x2 in solchen Gebäuden zu sehen. Genau. Und die größeren hängen eigentlich in öffentlichen Gebäuden. Aber das hat hier auch gut reingepasst. Äh, ja, hier so ein kleiner Truhenschrank. Alles schön zum wegsperren. Hier ist auch nochmal. Äh, achso, hier geht's auf, auf den, äh, auf, äh, den Balkon über der Eingangstür. Ähm, da hat man, ich finde den ziemlich cool gelungen, weil der zum einen schön groß ist und der hat nochmal einen Durchgang zum Bad. Das werden wir ja gleich nochmal sehen. Huch, wo bist du denn da? Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier rein und dann durch den normalen Eingang, oh, jetzt haben wir beide wieder. Durch den normalen Eingang zurück. in die, äh, ins Bad. Schön zumachen. Mhm. Also an sich fand ich, ähm, das Haus auch sehr positiv geschnitten. Es sind nicht allzu viele Räume drin, aber die sind irgendwie super angeordnet. Hier einmal nochmal der Weg zum Balkon von der anderen Seite. Und einmal eine Wanne mit, ich glaube, das lässt es auch. Ja, die muss man, die, äh, aktiviert sich nur, wenn man, ähm, immer die, die Dispenser einen Redstone-Signal gibt, dann wird halt gewechselt zwischen voll und leer. Und, äh, richtig lustig fand ich diese Stiebetürkonstruktion, nenne ich sie jetzt mal, ähm, mit dem Kackpott. Hierfür, für den Kackpott. Genau. Aber was ich auch... Einmal so eine Zimmerpflanze, die bestimmt zu verwelken beginnt. Das, das finde ich aber auch irgendwie cool, wenn man dann dahinter ist, noch so ein Regal zum Lesen. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass das, äh, ein Regal ist von der, ähm, hier von der Enchantment-Ecke. Dass das mehr oder weniger, ähm, ja, nicht absichtlich gemacht worden ist, sondern dass es einfach so kam, als, als, äh, derjenige, der das halt gemacht hat, ähm, dass da so ein, so eine Pflanze hinsetzen wollte, sondern dann, oh, cool, Buch, lass ich so. Also, das kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, und hier sind wir ganz oben. Das ist dann noch der letzte Raum im Dachboden. Quasi so eine kleine, ja, Werkstatt kann man jetzt nicht sagen. Also so ein Bastelzimmer im Dachgeschoss. Heutzutage wird man irgendwie eine Carrera-Bahn hier reinknallen oder sonst was, aber so eine Art so ein kleines Hobby-Bastelzimmer. Hier werden halt so ein paar Sachen wahrscheinlich, äh, umbenannt oder irgendwie solche Sachen. Was ich cool finde, finde ich auch in den modernen Häusern immer noch cool, dass wenn Zimmer solche Dachschräge haben, wie in diesem Fall, dass, ähm, die halt irgendwie genutzt werden. Theoretisch kann man ja in diesem einer Block hohen Ding, wo jetzt die ganzen Bücherregale sind, nicht lang gehen und da hat sich dann halt der Herr Bauer die Gedanken gemacht, komm, da baue ich da Regale rein. Jo, ich glaube, wir sind durch mit dem Haus. Wir rennen jetzt nochmal raus und ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Mal und wo auch immer du jetzt bist, da oben, äh, jo, ich würde sagen, tschüss, ne?